Schliefenanlagen sind Ausbildungsstätten in Deutschland, in denen Jagdhunde auf eine tierschutzgerechte Fuchsjagd vorbereitet werden. Der Hund soll lernen, sich in einem Fuchsbau zurechtzufinden und den Fuchs zielsicher aufzuspüren, ohne sich selbst zu gefährden. Diese künstliche Schliefanlage ist ein Röhrensystem, wo der Hund mit all diesen Unwägbarkeiten konfrontiert wird. In diesem Röhrensystem, das heißt wir haben hier drei Kessel, wir haben Steig- und Fallrohr, wir haben einen sogenannten Kamin und haben dann auch einen Endkessel, der bei uns im Rahmen der tierschutzkonformen Ausbildung als Rundkessel bezeichnet wird. Ich übe mit meinem Hund Balou hier in der Schliefenanlage, um festzustellen, wie er an dem Fuchs jagt, ob er nicht so aggressiv jagt und wie er sich an dem Fuchs verhält, da unser Hund Balou natürlich ein vollwertiges Familienmitglied ist. Hund und Fuchs können sich zu keinem Zeitpunkt der Ausbildung berühren. Dafür sorgt ein massives, drehbares Gitter. Verlässt der Fuchs den Kessel der Schliefenanlage, verhindert eine Metallfahne, dass der Hund folgen kann. Der Jagdhund soll lediglich lernen, den Fuchs aus seinem Bau zu treiben, ohne ihn zu verletzen, sodass der Jäger den Fuchs dann fachgerecht erlegen kann. Die Schliefanlagen wurden im Rahmen von Verwaltungsgerichtsverfahren als tierschutzkonform und weitgerecht bestätigt. Mein Name ist Daniel Hoffmann, ich bin Wildbiologe und beschäftige mich auch schon seit einigen Jahren mit Füchsen und mit ihrer Funktion in unserer Kulturlandschaft. Wir haben ein gutes Potenzial an Betreuern, die sowohl die Füchse als auch die Anlagen regelmäßig begutachten. Die Füchse, die in der Schliefenanlage eingesetzt werden, sind Handaufzuchten und somit an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Sowohl die artgerechte Haltung als auch die Arbeit mit den Tieren wird durch geschulte Veterinäre überwacht. Füchse gehören natürlich hier zu uns in unsere Landschaft hinein, aber wir haben durch die Veränderungen, die der Mensch vorbeigeführt hat, die Füchse in eine ganz andere Dichte hineingeführt, die es in einer Naturlandschaft in der Form nicht gibt. Dann haben wir aber auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sehr erfolgreich gegen die Tollwut geimpft. Infolge dieser Impfungen sind die Fuchsbestände in Mitteleuropa um das Drei- bis Zehnfache angestiegen. Dazu gibt es auch verschiedene Untersuchungen, die das belegen können. Um die natürliche Artenvielfalt in Deutschland zu sichern und bedrohte Tierarten wie Großtrappen, Rebhühner oder Kiebitze vor dem Aussterben zu bewahren, müssen nicht nur deren Lebensräume verbessert werden, sondern gleichzeitig auch anpassungsfähige, räuberische Arten wie der Fuchs reduziert werden. Beispielsweise durch die Baujagd kann dies auf eine tierschutzgerechte Art gewährleistet werden. Grausame Videos aus Osteuropa, die zeigen, wie Hunde sich in Dachsen oder Füchsen verbeißen, haben nichts mit der Hundeausbildung in Deutschland gemein. Das ist eine Situation, die wir in Deutschland Gott sei Dank nicht beobachten können und auch auf gar keinen Fall dulden können. Nur eine tierschutzgerechte Ausbildung eines Bauhundes, das heißt ohne, dass der Hund mit dem Fuchs in Berührung kommen kann, ist zu tolerieren. Und alles andere muss abgelehnt werden. Und dann kann Baujagd auch tierschutzgerecht insgesamt nachher in der Praxis ablaufen.